was geht herzlich willkommen zu einem weiteren video heute bin ich gekommen zu einem Lockout Spot also würde ich sagen Secret Spot ich darf nicht sagen wo das genau ist einfach wollte ich will ich den Tag benutzen weil das Wetter so schön ist und ab morgen wird wieder kalt und beregnet und grau deswegen nehme ich euch mit auf dem GoPro und ich versuche ein schönes Video zu machen und eine schöne Fahrt deswegen ja so Leute bin ich nicht ganz oben irgendwo in Mitte trinke ich ein Energy Drink brauche Energie zusammen weil heute ist ziemlich 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 warm bin auch nicht so gut angezogen die Trails sind bisschen wie auf dem Hau de Hoppen ist auch eine genug lange Strecke und ist super super ruhig momentan ja ja wie gesagt sammeln ich Energie und fahren wir let's go Leute ich bin schon oben das erste mal ganz oben und jetzt fahren wir erst das erste Run zeigen wir gleich bisschen Panorama so schön noch nicht so blau heute aber ist noch früh wahrscheinlich so machen wir wie immer erste Run das Und dann, treu check das fängt gleich hier haha ha ha jamais let's go heute ist aber trocken auch hier kommt der drop und ganz entspannt ich bin schon gefahren vor ein paar wochen wahrscheinlich kennt ihr hier ist mega muss man üben okay wir machen jetzt rum number two ich mache nur kurz stop watch bin gespannt wie viele sekunden bis zum unten so let's go so 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 das ist schnell eine minute 26 ich möchte nur kurz zeigen hier ein drop der ist ziemlich klein aber hier kommt man so schnell die kurve kommt so schnell ist kein zeit zu viel zu reagieren muss man richtig üben weil das läuft das alles läuft zu schnell oben auch aber macht spaß jetzt habe ich entschieden damit wir mehr spaß haben kombinieren wir die beide also POV perspektive von meiner Insta360 und seitliche Videos von meinem Handy ok let's go let's go so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020